Der Schlaufenknoten. Wir nehmen die Schnur einfach doppelt und legen in die doppelte Schnur einen einfachen Schlag. Und schon haben wir die erste Schlaufe und dann machen wir noch eine Schlaufe und haben jetzt die Möglichkeit beide Schnüre über die Schlaufen miteinander zu verbinden. Einer der einfachsten Knoten und zwei Schnüre schnell miteinander zu verbinden. Und das war